19, Digga? Ich hab's gerade eben noch versucht. Wie bitte, Aude? Jetzt nochmal. Wo fightet ihr? Wenn ihr schon sagt, dass ihr einen Wohnsohn habt. Ich weiß nicht, bei fast Michaels Haus. Okay. Bruder, heute erlaub ich mir das. Jetzt komm ich glaube ich gar nicht hin. Ich wiederhole mich nicht. Ich wiederhole mich nicht. Ich wiederhole mich nicht.